Guten Morgen, von 7 Uhr. Heute geht es in Rammersee. So, jetzt ist Jan dabei. Komm mal her und sage es weiter. Ja, also dann auf geht's. Also wir haben jetzt entweder die Möglichkeit Vierdach zu fahren, da geht es so nach Gersthofen, das ist eine Alternativruise, oder wir fahren da. Dann treten wir uns natürlich für den richtigen Weg, für den Männerweg. Da sind wir. Da fahren wir weiter. Gasthofen durch, dann bei der Autobahn drunter und dann lächelnd lang durch Augsburg durch. So, jetzt gehst du Augsburg rein. Wir fahren jetzt an der Bartach in Plange. Eigentlich wollten wir zum Lecht, aber da war eine Baustelle. Und jetzt fahren wir mal, wie wir weiterkommen. Auf ungefähr 25 Kilometer sind wir jetzt wirklich in Augsburg. Hier sieht man die ersten Gebäude von MAN. Das ist eine klasse Sache, ne? Ja. 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 Also jetzt kommen wir wieder auf den richtigen Weg. Entschuldigung! Und es ist wild. Wenn Jan und Peter radeln, dann gibt es keine Nässe für die Waren. Oh, die Sonne kommt jetzt raus. Schön. So, jetzt geht hier durch den Fischwald durch. Das ist südlich von Augsburg. Ist auch ein ganz schöner Wald, kann man eigentlich sagen. Ja, ist schön so neben der Stadt ein bisschen Natur zu haben eigentlich. Aber zieht sich halt. So, wir befinden uns hier an der Lech-Staustufe 23. Und wie ihr seht, wunderbares Wetter, wie vorhergesagt. Und schaut mal, wie klar hier das Wasser ist. Hier sind wir jetzt am Lochbach. Wir sind gleich aus dem Augsburg, wie draußen kann man sagen. Nehmen wir lang. Nehmen wir lang. Das ist eine Herausforderung. Sonst könnt ihr euch immer einfach machen. Aber dann kommt ihr nicht voran. Wie zum Beispiel. Wir geben uns 40 Kilometer Augsburg. Kann so eine Scheiße hier. Auf nach Pestnacker. Juhu. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Video sehen kann, aber hier sieht man jetzt schon das erste Mal die Alpen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 der Berg ist nicht dramatisch, aber schaut euch mal das Panorama an man sieht die Alpen ein geniales Panorama besser, das hat ich noch nie gesehen hier ist eine zweite Hügel, wo wir drüber müssen der ist etwas härter als der letzte aber auch nichts dramatisches folgen wir gleich ab so, gerade haben wir ein Schild gesehen Utting am Ammersee noch 4km da sind wir gleich da so, jetzt sind wir da waren jetzt so 80km rum auch geschafft immer wieder schön hier in Utting am Ammersee immer wieder schön hier sind wir jetzt in Ammersee hier sind wir jetzt in Ammersee hier sind wir jetzt in Ammersee Alpen so, fahr wieder heim jetzt ein kleiner Tipp wenns Wasser ausgeht auf der Radtour dann kann man zum Friedhof gehen da gibt es immer Leitungswasser der fliegt nach Utting zurück und da geht es weiter jetzt machen wir dann gleich an der Bank wo wir vor allem schon waren Mittagspause mal schauen was es gibt so, was haben wir denn heute zum Essen hier drin aha Reis gibt es heute bei mir gibt es heute Käsekräutersauce Cashewkerne für die Proteine einen Topf Suyaki Beef ganz leckere Sachen bisschen einfacher wie das vom Peter der hier köchelt aber ich denke einfach ist gut oder sag ich immer das Leit ist das Sprichwort Pause gemacht Essen gegessen warme Mägen haben wir da kommen wir her und da wollen wir hin so, hier geht es da drunter und der Jan der kommt schon so, hier geht es Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So Leute, jetzt machen wir sie. So Leute, jetzt haben wir es geschafft, jetzt haben wir wieder Lieblingen. Leute, ich bin es wieder, der Jan. Ja, wir sind jetzt wieder in der Heimat. War eine gute Tour. Die Kilometerzahl nennen wir euch hier ein. Ihr spart an denen, der das bearbeitet. War eine gute Tour. Kann man auf jeden Fall wieder machen. Anfänger gerecht, würde ich sagen. Ja, es war zwar eine lange Strecke, aber wenige Höhenmeter. Die Kilometeranzahl kommt natürlich auch darauf an, wo ihr wohnt. Also wenn ihr jetzt in Hamburg wohnt, dann sitzt da mehr Kilometer. Du hast immer Bedenken im Blick halten. Gesundheit ist das Wichtigste. Wir haben für um 7 gestartet. Jetzt ist es 20 vor 7. Also es war fast eine 12 Stunden Tour. Haben wir aber schon öfters gehabt. Ja, das ist irgendwie doof jetzt. Also gar kein Problem. Ich hatte einen Platten. Und den habe ich immer noch. Aber den pumpe ich immer wieder auf. Was soll ich da tun? Schreibt es in die Kommentare. Schreibt es in die Kommentare. In dem Sinne.